namaste grüß gott und willkommen zu autogenes training stufe 1 und 2 für zwischendurch und verleg dich wie natalie ganz entspannt auf den rücken in shavasana da eine rücken entspannungslage die zehn fallen locker nach außen beine hüft bis matten breit auseinander achsel hüllen frei schultern weg von den ohren arme weg vom körper vielleicht zeigen die handflächen nach oben hin leicht zum brustkorb geneigt wenn du möchtest wiederhol die einzelnen suggestionen zweimal geistig für dich selbst und atme dabei ganz entspannt in den bauch ein und aus ich bin ganz ruhig und entspannt mein rechter arm ist ganz schwer mein rechtes bein ist ganz schwer mein linkes bein ist ganz schwer mein linkes bein ist ganz schwer mein rechter arm ist angenehm warm mein rechter arm ist angenehm warm mein linkes bein ist ans mein linkes bein ist angenehm warm mein linkes bein ist angenehm warm Mein linkes Bein ist angenehm warm. Ich bin angenehm warm. Meine Atmung ist ganz ruhig. Mein Herz schlägt ruhig und kräftig. Mein Sonnengeflecht ist strömend warm. Meine Stirn ist angenehm kühl. Ich bin vollkommen ruhig und entspannt. Ich bin vollkommen ruhig und angenehm entspannt. Und nun wiederhole noch eine Vorsatzformel der einer Wahl. Zum Beispiel für einen besseren Schlaf. Ich schlafe ruhig, tief und fest. Für innere Ruhe und Gelassenheit. Jedes störende Geräusch vertieft die Ruhe. Für die Reduktion von Übergewicht. Ich bin zufrieden, ganz ruhig und satt. Für freies Reden. Ich spreche ruhig, fließend und frei. Vielleicht bei Schüchternheit. Ich denke und handle frei und klar. Bei Spannungskopfschmerzen. Mein Nacken ist angenehm warm. Mein Kopf ist ganz klar. So wiederhole einen für dich passenden Satz vielleicht auch. Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin. Noch eine Minute. Synchron mit deinem Atem für dich in Stille. Ich denke, dass ihr mal nicht gut bin. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Und dann vertiefe wieder den Atem, sag dir, ich bin voller Kraft und Energie, hol dich zurück, komm wieder ganz zurück, räckel dich, streck dich, gern, aktiviere deinen Körper, bleib noch ganz bei dir, ganz genüsslich und ganz in deiner Zeit, leg dich nochmal kurz auf eine Seite, gerne immer wieder mal diese Blitzkürzanleitung des autogenen Trainings machen, gerne auch selbstständig die Sätze üben, schreib sie dir mal auf und falls du mal Yoga unterrichtest, wunderbar, auch am Ende einer Yoga Einheit. Und so komm nach oben zum Sitzen in eine bequeme, aufrechte Sitzposition, gib beide Hände auf dein Herz. Vielen, vielen Dank an Nathalie, danke an dich, danke an meine innere Führung und wir beenden direkt mit einem herzhaften Ohm, ja, zu uns, zu unserem Leben, zur tiefen Entspannung. Wie meine Tochter immer so schön sagt, Papa, entspann dich. Und das hat dich schon im Bauch ausgestrahlt, sieben Wochen zu früh. Papa, entspann dich. Also entspann dich, atme tief vollständig ein. Ohm, ja. Namaste. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. !